Am Freitag hat die Unglücksserie begonnen. Der Brasilianer Ruben Baricello verunglückt schwer und überlebt. Doch beim Abschlusstraining am Samstag hat der Österreicher Roland Ratzenberger keine Überlebenschance. Ein Anprall mit über 300 Stundenkilometern hält zwar das Monokok, nicht aber Kopf und Genick aus. Und dann am Sonntag zunächst eine Startkollision, sieben Zuschauer werden schwer verletzt. Und dann erleidet Ayrton Senna dasselbe Schicksal wie Ratzenberger. Aber das Rennen geht weiter und schließlich werden drei Mechaniker in der Box fast von einem Rad erschlagen. Wollen die Zuschauer das wirklich sehen? In Imola auf der Rennstrecke dämpft jedenfalls nichts ihre Begeisterung. Die letzten Aufnahmen von Roland Ratzenberger drei Minuten vor seinem Tod. Niemand ahnt zu diesem Zeitpunkt, dass er für immer die Boxenstraße verlassen hat. Ayrton Senna, schon geschockt durch den Unfall von Baricello, wird noch nachdenklicher. Als das Training abgebrochen wird, hoffen alle auf ein weiteres Wunder von Imola. Aber für Roland Ratzenberger kommt jede Hilfe zu spät. Da ist nicht viel zu sagen dazu. Als jeder Mensch muss da durch den Kopf gehen. Sicher ist man geschockt nach so einem Unfall, weil das Team hat einfach entschieden nach so einem Unfall, wo man ja gewusst hat, dass der Unfall schwer ist, nicht mehr weiter zu fahren. Es hat zuerst lange Diskussionen gegeben, dass das Training überhaupt nicht mehr vorgesetzt wird. Und dann, dass keiner mehr fährt oder nur ganz wenige. Im Endeffekt sind alle gefahren. Aber bei uns war die Entscheidung, dass wir nicht mehr fahren. Und ich glaube, die Entscheidung war richtig. Man will mal gar nicht diskutieren. Man will ein anderes Mal machen. Für den 31-jährigen Roland Ratzenberger schließt sich das Traumtor zur Formel 1, noch ehe es richtig offen war. Ich muss sagen, für mich war der Roland ein Mann, der sein Ziel erreicht hat und das immer noch erreicht hat. Insofern, dass er ja von dem Unfall nichts mitbekommen hat, außer dass er kurzfristig gemerkt hat, das Auto biegt ab. Und dieser kurze Zeitraum, der ihm geblieben ist, der hat ihm keine Gedanken an den Tod geben können. Das heißt, das ist vielleicht das Einzige, was man sagen kann, dass er keinen Schmerz verspürt hat und dass er eigentlich in seiner eigenen Traumwelt geblieben ist. Die letzten Erinnerungsstücke im Haus der Eltern in Salzburg. Roland Ratzenberger hatte längst den Monte Carlo-Quartier bezogen. Schon als kleiner Bub träumte er von der großen, weiten Welt. Der Motorisierung galt seine große Begeisterung. Als Kfz-Mechaniker und HTL-Schüler macht er seine ersten kleinen Rennversuche und mit 24 gewinnt er den ersten größeren Bewerb, ein Formel-Vortrennen auf dem Österreichring. Drei Jahre später folgt sein erster Sieg in der Formel 3. Mühsam und mit kleinen Schritten dient er sich hoch. Er hat sein Ziel wirklich mit einer Zielstrebigkeit verfolgt, die meiner Meinung nach seinesgleichen sucht. Ich kenne niemanden, der so einen harten Weg durchgemacht hat, bis er in die Formel 1 gekommen ist. Und ich muss es auch dazu sagen, er hat immer sehr stark an sein Talent und an sich selbst geglaubt. Und es ist halt sehr tragisch. Beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans fährt er sogar einmal zusammen mit seinem Lehrmeister Walter Lechner. Langstreckenrennen faszinieren ihn. Und auch die Hektik, das Getriebe, der Geruch nach Abenteuer in den Boxen. Wir haben noch kleine Probleme und ich habe jetzt einen sehr schlechten Satz Reifen gehabt. Wahnsinnig viel Untersteuern und am Schluss auch keine Traktion mehr. Also ich hätte noch ein bisschen schneller fahren können, aber wir sind jetzt fast bei den schnellsten Porsches dabei. Seine Freundin aus Afrika ist dabei, als er in Le Mans 1992 mit einem fünften Platz aufhoachen lässt. Wir haben in der Nacht zwölf Runden verloren. Zuerst mit der Kupplung und dann mit dem Getriebe. Das hat uns den vierten Platz gekostet im Endeffekt. Aber es war einfach ein normaler Getriebedeffekt. Wir haben vierten, fünften Gang verloren. Vorher ist der Kupplungszylinder kaputt gegangen. Also das sind Sachen, die du einfach nicht drinsteckst. In den 90er Jahren fährt Ratzenberger vor allem als Werkspilot in Japan. Seine Siege beim 1000-Kilometer-Rennen von Fuji und im Formel 3000-Bewerb von Suzuka werden aber in Österreich kaum registriert. Umso überraschter ist man dann, als Ratzenberger 1994 der Einstieg in die Formel 1 gelingt. Mit seinem Sintec fährt er die ersten Testrunden ausgerechnet in Imola. Sein großes Ziel scheint erreicht. Und plötzlich ist er auch bei den österreichischen Medien ein gefragter Mann. Ja, wie kommt das, dass es so lange dauert? Ich habe schon gesagt, zehn Jahre etwa sind Sie prominent im Motorsport tätig. Dass Sie den Sprung in die Formel 1 jetzt doch noch geschafft haben. Ich wollte mich halt gerne gut vorbereiten für die Formel 1, aber es hängt natürlich von sehr vielen Dingen ab, dass man in die Formel 1 kommt. Und das Wichtigste ist, dass man halt einmal zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz ist. Und jetzt war es halt der Fall. Der große Traum endet schnell und unerwartet. Nur einen einzigen Grand Prix hat Ratzenberger bestritten. Dann ist es dunkel geworden. Als Ayrton Senna das Schicksal ereilt, hat er bereits 41 Grand Prix Siege errungen und ist dreimal Weltmeister geworden. Die Betroffenheit in seiner Box ist groß. Aber das Rennen geht weiter. Larini freut sich über seinen zweiten Platz und Schumacher über seinen Sieg. Und die Zuschauer jubeln mit, als wäre nichts geschehen. Erst knapp vor der Pressekonferenz erfährt der Sieger Schumacher, dass sein großer Rivale Ayrton Senna tot ist. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass wir daraus lernen sollten, aus den Erfahrungen dieses Rennens. Gerhard Berger ist völlig gebrochen. Und der drittplatzierte Finne Mika Hakkinen findet nur Lob für die tolle Rennstrecke und die italienischen Fans. Gerhard Berger möchte sich am liebsten in der Masse verkriechen und gar nichts sagen. Wir wissen ja genau, dass sowas sein kann, dass immer Probleme auf einmal kommen, ist auch ein alter Hut. Also, das Tragische ist schlimm. Aber ich kann jetzt zehnmal, wir können jetzt zehnmal sagen, einsteigen, nicht einsteigen, das ist ja überhaupt nicht die Frage. Die Angst, ja, ich meine, es hat, glaube ich, nichts damit zu tun, wem es passiert. Es ist einfach so, wenn ein solches Auto irgendwas ist, wie es gestern beim Roland war oder wie es heute beim Senna war, du bist nur ein Passagier, du kannst nichts mehr machen, das Auto fliegt raus. Und es war leider da zweimal ein Stöhnen, wo keine Auslaufzone ist und deswegen ist das passiert. Wenn du so zurückschaust auf das ganze Wochenende, was bleibt da übrig von diesem Albtraum, Wimola? Wir werden sehen, ich glaube, wir müssen das Ganze jetzt einmal aufarbeiten, mal schauen, wie es weitergeht. Ich glaube, wir haben mit uns selber genug zu kämpfen gehabt, das Wochenende. Und es ist ja auch im Rennen bei uns im Team, was passiert und mit dem werden wir uns sicher beschäftigen. Die Trauer in den Straßen von Bologna ist groß. Vor dem Krankenhaus, in das Senna eingeliefert wurde, erfährt die Bevölkerung die Todesnachricht. In Brasilien wird die Meldung auf den Anzeigetafeln der Stadien verkündet. Die Fußballspiele werden unterbrochen. Die Fans schreien Senna, Senna. Eine dreitägige Staatstrauer wird ausgerufen. Und Nelson Piquet, ein Vorgänger Sennas in der Formel 1, drückt aus, was alle empfinden. Brasilien hat einen der größten Sportler und Menschen verloren. Seinen ersten Sieg feiert Senna 1981 in Brents Hedge in der Formel fort. Den ersten Grand Prix Sieg in seiner Heimat Brasilien 1984. 40 weitere sollten folgen. Die Tatagler aus Deutschland. Die Tatagler aus Deutschland in Norden. Das Angebot ist jetzt nicht mehr so. Die Tatagler aus Deutschland in Norden. Die Zuschauer begeistert Senna stets mit seiner aggressiven Fahrweise. Alle Formel 1 Fans diskutieren immer noch das dramatische Finish des Formel 1 Grand Prix von Spanien. Es war ein hartes Rennen, nicht das aufregendste in meiner Karriere, sagt Senna, das war Estoril voriges Jahr. Mein erster Sieg, noch dazu im Regen. Damals war die Freude größer, danach kam der Sieg in Spa in Belgien. Aber Herres war sicherlich das härteste Rennen von der körperlichen Belastung her. Zum ersten Mal in seiner Formel 1 Karriere musste Senna das ganze Rennen hindurch, um den Sieg kämpfen, von Start bis ins Ziel. Noch einmal das unglaubliche Finish. Fast kein Unterschied, nur 14.000stel trennten Senna und Menzel auf dem Zielstrich. Gerhard Berger, der Österreicher, war bei den Testfahrten schneller als Senna. Und Senna lobt ihn. Ein junger Bursch, mit sehr viel Kraft, sehr viel Ehrgeiz. Hat ein sehr gutes Auto heuer, den Benetton-Tolman BMW. Und wird immer besser werden im Lauf der Saison, noch bessere Ergebnisse erzielen. Denn Gerhard Berger hat die ganze Zukunft noch vor sich. Gerhard Berger steigt nach drei Jahren bei Ferrari mit Saisonende aus diesem italienischen Traditionsrennwagen aus und geht zu McLaren Honda, also ins beste Formel 1 Team der Welt, das in den letzten Jahren in 24 Rennen 21 Mal gewonnen hat. Was glauben Sie, erwartet Sie bei McLaren? Senna. Das ist eigentlich das Schlimmste, was mich dort erwartet. Wir sind beide sehr aggressiv, wir haben beide den gleichen Kampfstil, den gleichen Fahrstil. Wir überholen mit sehr viel Risiko, so schnell wie wir können. Aber darum werden wir auch sehr gut zusammenarbeiten können. Wir sind gleich alt, haben die gleiche Mentalität als Rennfahrer. Es wird schon gut werden. Senna setzt sich aber auch immer für die Sicherheit der Fahrer ein und bezieht Stellung. Weil jetzt endgültig allen klar geworden sein muss, nichts ist es wert, Menschenleben zu riskieren, so wie in diesem Rennen. Und darum müssen wir eine Lösung finden. Bei einigen Rennen hat Senna auch unglaubliches Glück. Vor allem zweimal in Mexiko. Es war brutal und ich bin nachdenklich geworden, sagt er über seinen Salto von Mexiko City. Gerhard Berger hat Senna einige Male geholfen. Der Dank von Senna folgte 1991 in Suzuka. Wie auch immer, ich hatte das Rennen in der Hand. Ich führte, ich war ungefährdet. Aber wir haben zwei Jahre sehr gut zusammengearbeitet. Ein gutes Verhältnis füreinander aufgebaut, mit großem Respekt. Er ist zwar manchmal ein bisschen verrückt, aber wir kommen sehr gut miteinander aus. Und er hat zu unserem Erfolg bei vielen Gelegenheiten beigetragen. An diesem Tag in Suzuka war es Zeit, ihm einiges zurückzuzahlen. Aber wir kommen sehr gut zusammengearbeitet. Und er hat auch in verschiedenen Zeiten, in verschiedenen Fällen, in verschiedenen Fällen geholfen. Und er hat auch in verschiedenen Fällen geholfen, in verschiedenen Fällen geholfen. Es ist nicht so, weil er will, in den nächsten Körner zu gehen, dann zu gehen und dann zu gehen und dann zu gehen und dann zu gehen. Und dann konnte ich das nicht verstehen. Senna und Berger, 1986 in Kärnten, in ihrer dritten Formel 1 Saison. Sehr bald waren sie Konkurrenten in der ersten Kurve der Grand Prix Rennen. Spar 1986, Dreierkollision, Rost, Senna und Berger. Und Rio 1989, Senna auf McLaren kollidiert mit Berger auf Ferrari in der ersten Kurve. Wenn ich nur ein paar Wochen glücklich sein kann, dann habe ich schon eine gute Saison 1994 erlebt. Niki Lauda, gibt es eine Verbindung zwischen Ihnen und Roland Ratzenberger? Haben Sie die Karriere des Salzburgers ein bisschen mitverfolgt? Ein bisschen schon. Ich habe ihn zwar nicht persönlich gut gekannt, ich habe natürlich mit ihm gesprochen und wusste, wer er ist. Sein Einstieg in die Formel 1 war mir natürlich bekannt, logischerweise, das wusste eh jeder in Österreich ganz besonders. Und da habe ich natürlich dann mitverfolgt, natürlich dann hart getroffen, hart getroffen, dass in seinen ersten Rennen, wo er gerade angefangen hat, Formel 1 zu schnuppern, er schon deutlich verunglückt ist. Wenn Sie sich jetzt zurückerinnern an die Tage nach diesem Imola-Wochenende 1994, wie ist es Ihnen persönlich da ergangen? Wie würden Sie Ihre Stimmungslage von damals beschreiben, wenn Sie sich daran zurückerinnern? Fürchterlich, weil ich wurde genauso wie alle anderen getroffen mit zwei Toten, einem Wochenende und dem Parakeller-Unfall. Den habe ich heute noch im Kopf, wie der da oben auf der Leitschiene da hinfährt, ohne dass ihm was passiert. Also das war einer für mich ärgsten Wochenenden überhaupt im Formel 1 Sport. Und ich werde das Wochenende nie vergessen. Ich war damals, glaube ich, Ferrari-Berater und war deswegen dort. Genau, und unmittelbar nach diesem Wochenende, nach dem Grand Prix von San Marino 1994 hat Kollege Robert Seger ein sehr, sehr langes und ausführliches Interview mit Niki Lauda geführt. Das schauen wir uns jetzt an. Es geht auf jeden Fall weiter und das ist die Brutalität unserer Zeit. Ich meine, eins muss einem schon klar sein. Man kann nicht einmal sofort, nach einem so schweren Unfall wie ja da ein Imola, zwei, drei, viermal, wenn man die Zuschauer mit einbezieht, kann man nicht sofort sagen, die Konsequenzen müssen gezogen werden, dass man nie mehr Formel 1 fährt. Man muss ja zuerst einmal analysieren, was dort überhaupt passiert ist, kann man das in Zukunft abwenden und dann könnte man unter Umständen darüber diskutieren, ob man Formel 1 Rennen sinnvoll macht oder nicht. Die, die heute sagen, man muss sofort aufhören mit dem Horrortrip der Formel 1, die wollen ja überhaupt gar nicht wissen, warum es dazu gekommen ist. Die nehmen nur diese zwei verunglückten Rennfahrer her und zu sagen, aus damit. Also das ist sicher der falsche Weg. Der richtige Weg ist, das Ganze jetzt wirklich einmal zu verdauen, was überhaupt einmal passiert ist. Weil die menschliche Komponente ist für mich die wesentlich wichtigere, dass man mit zwei Piloten, mit Ratzenberger und Senna, zwei Persönlichkeiten verloren hat, mit denen man persönlich einmal fertig werden muss. Wenn man sich heute die Autos anschaut, ist seit acht Jahren deswegen nichts passiert, weil die Autos so stark gebaut wurden. Zu meiner Zeit ist jedes Jahr ein Mann tödlich verunglückt, ein Fahrer tödlich verunglückt. Also dieses Risiko haben wir bei Weitem reduzieren können. Natürlich ausschalten können Sie keinen Materialdefekt, wenn er passiert mit 330 Stundenkilometer auf der einen oder anderen Rennstrecke, wenn Sie immer die gleichen Folgen haben. Das heißt, unser Problem heute ist, die Formel 1 wird stetig besser und sicherer gemacht. Aber man kann natürlich nicht so schnell wirken, wie unter Umständen, ebenso ein Materialproblem wie in Imola, das ganze Schicksal wieder voll umdreht. Eins für mich wichtiger Punkt ist dabei, dass wenn man von Ratzenberger an seinem Sintech-Auto ausgeht, könnte man immer noch sagen, okay, das war ein Auto, das hat wenig Budget, alles ist neu, das erste Mal in der Formel 1, die wissen also nicht, was sie tun dort. Aber wenn Sie dann den Sonntagunfall von Senna nehmen, der der beste Rennfahrer der Welt ist, Williams, das erfolgreichste Formel 1-Team überhaupt, und dann diese beiden Dinge vergleichen, dann müsste man zum Schluss kommen, dass die Autos vielleicht in Imola schon derartig belastet werden, dass eben ein schlechtes sowie ein gutes Auto den nicht mehr standhalten kann. Und wenn wir zu dieser Grenze gekommen sind, das kann man nur durch eine genaue Analyse der beiden Unfälle eruieren, dann muss man sich überlegen, wo ziehe ich jetzt die Handbremse an und versuche dagegen zu wirken. Herr Lauder, früher hat man immer gesagt, die Formel 1 ist in ihrer Entwicklung dem Serienfahrzeug voraus und man übernimmt Teile aus der Formel 1 dann für die Serienfahrzeuge. Heute müsste man sagen, es ist hinten nach, es gibt kein Airbag, wäre sicher eine Hilfe und man hätte auch schon längst der Monocoque etwas verändern können, etwas höher an den Seiten, das waren ja auch Forderungen von Ihnen zuletzt. Ja, und das ist leider jetzt die Konsequenz aus diesen Unfällen. Das Monocoque, was ich angesprochen habe, das schwirrt mir schon länger durch den Kopf, weil der Unfall von Leto beim Silverson Testfahrten, der ist mit mehr als 200 Stundenkilometer verkehrt in den Mauer gefahren, dass er sich die Wirbeln gebrochen hat. Allese hat sich die Wirbeln gebrochen, weil er auch verkehrt angeprallt ist. Von hinten kommt der Schutz, aber wenn der Kopf dann nach vorschnellt, gibt es keinen Schutz mehr dabei. Das wurde aber wieder ausgelöst dadurch, dass die Autos so sicher und stark gebaut sind, dass keine Knautschzonen mehr vorhanden sind. Das heißt, wir sind aus der einen Seite in starken Autos, haben wir die Beine der Fahrer, den Körper geschützt, aber leider nur bis zu den Schultern. Das heißt, es wurde sehr viel gemacht. Jetzt ist man draufgekommen, dass zwar die Zelle toll ist für einen Teil des Körpers, aber vollkommen ungeeignet ist für Kopf und Genick. Und jetzt wäre meiner Meinung nach der nächste logische Schritt eben, wie die Indiesautos das heute schon haben, dass die Karosserie nicht bei den Schultern hier endet, sondern hier bis zu dem Helm hochgezogen wird, dass man auch diesen Schutz noch hat. Nach hinten hat man sowieso den Schutz des Überrollbügels und nach vorne muss man sich was überlegen. Vielleicht ist wirklich ein Airbag hier ein Weg, eben die Formel 1 sicherer zu machen. Aber immer wieder menschlich ganz klar der gleiche Fehler. Man lernt nur aus Fehlern. Man lernt nur, wenn man die Realität plötzlich über Nacht oder über ein Wochenende derartig krass mitgeteilt wird, dass jetzt wieder alle anfangen zu denken. Weil die Konsequenzen werden immer nur da angezogen, wenn was passiert ist. Die Zeit drängt in 14 Tagen, ist Monte Carlo. Kann man bis dahin etwas verändern oder wird Monte Carlo zu einem russischen Roulette wie Imola? Monte Carlo wird nur dann russisches Roulette, wenn einem Fahrer im Tunnel was passiert. Weil der Tunnel hat ungefähr eine wahnsinnig, ich würde sagen 270, 280 Stundenkilometer Kurve. Aber wenn da technisch was schief geht, dann kann es ähnlich ausgehen wie in Imola. Der Rest des Kurses, würde ich sagen, ist relativ sicher, weil die Geschwindigkeit nieder ist. Was mich besonders belastet ist, ist, dass die Geschwindigkeit in den Boxen wahnsinnig hoch ist. Das heißt, Sie haben dort 50 Mechaniker stehen, die warten auf ihr Autoreifen zu wechseln und gleichzeitig fahren die Renner das dann mit 200 Stundenkilometern mehr aus der Box hinaus oder in die Box hinein. Und diese Gefahr, die ist nicht gebannt. Man muss sich einmal vorstellen, ein Auto wechselt den Reifen, der fährt weg, der andere kommt hinein, die beiden kollidieren. Dann gibt es wieder Tote, die in der Box sind. Der Al Gorett hat das fast ausgelöst damit, dass ihm ein Rad davon geflogen ist, was nicht richtig angeschraubt war. Das heißt, ich würde persönlich sofort dafür plädieren, dass man in Monte Carlo schon damit beginnt, weil da die Boxen eh relativ klein und altmodisch sind, das gleiche Speedlimit, was wir heute im Training haben, weil da gibt es eines, im Rennen umzusetzen und zu sagen, man darf eben auch im Rennen nur mit 50 Stundenkilometer zu und von der Box fahren. Herr Lauder, wenn Sie noch aktiv werden, würden Sie jetzt aufhören, würden Sie das aus einem Wink des Schicksals empfinden? Es ist eine Frage, in welcher Position oder in welcher Richtung ich in meiner Laufbahn bin. Wenn ich mich heute in Schumachers Sessel setzen würde, der die ersten drei Rennen des heurigen Saison gewinnt, souverän, der am Beginn seiner Karriere ist, der unter Umständen nachher Weltmeister wird, wenn Sie den heute fragen, der würde sagen, nie im Leben. Weil für ihn überwiegt die positiven Aspekte der Formel 1. Jeder Rennfahrer muss das mit sich selber ausmachen. Wenn einer am Ende seiner Karriere ist, wenn Sie mich gefragt hätten, ich weiß es nicht, sechs Monate vor meiner Beendigung meiner Karriere, ob das jetzt für mich Anlass genug ist, aufzuhören, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja. Gerhard Berger gibt im Moment keine Interviews, hat sich zurückgezogen, wird nachdenken über seine Zukunft. Glauben Sie persönlich, dass er weiterfährt? Das kann man sehr schwer sagen, weil das sind keine Entscheidungen, die man planen kann. Das ist eine Entscheidung, die kommt einem in den Kopf von einem Moment im anderen. Der eine ins Positive, der andere ins Negative. Ich glaube, da kann man in keinen Menschen hineinschauen. Jeder muss das mit sich selber ausmachen. Aber dieses Risiko und die Formel 1 ist nach wie vor ein Risiko, eingehen will oder nicht. Ja, Gerhard Berger, war es tatsächlich eine Frage für Sie, dass Sie sich gestellt haben, nach diesem verhängnisvollen Imola-Wochenende 1994 die Karriere zu beenden, den Helm an den Nagel zu hängen? Waren die Gedanken da? Ja, die waren absolut da. Man vergisst ja immer in dieser Diskussion, dass dieses Wochenende schon mehrere Facetten gehabt hat und vor allem am Tag vorher Roland Ratzenberger verunglückt ist. Auch das war eine harte Nummer für uns alle. Wir sind im Qualifying immer Auto gesessen, wollten alle gerade raus auf die schnellste Runde. Das war immer etwas Unangenehmes, immer etwas Schwieriges, immer etwas über den Grenzbereich. Und dann einen Unfall von einem Kollegen zu sehen, der dann auf der Strecke liegt bei Herzmassage und, und, und. Das sind so Bilder, die einfach wahnsinnig schwer fallen, wehtun und auch zum Denken, zum tiefsten Denken anregen. Nächsten Tag natürlich nach Senna, das war dann nach oben drauf. Ja, bin dann ausgefallen an dem Grand Prix-Wochenende, war dann noch bei er dann im Krankenhaus und bin dann nach Hause geflogen und habe mir dann die nächsten Tage einfach die Frage gestellt, ist es jetzt die richtige Zeit, vielleicht selbst aufzuhören? Man hat vielleicht noch ein paar Jahre vor sich, aber braucht man die, ist es gescheit? Man muss in diesem Sport, vor allem in dieser Zeit, davon ausgehen, dass sowas auch mit dir selbst passieren kann und will man dieses Risiko noch gehen oder nicht gehen? Und ganz wesentliche Gedanken waren, haben bei mir die Rolle gespielt oder eine Rolle gespielt und das war, wie ich, ich habe ja meinen Unfall an der gleichen Stelle gehabt. Genau, 1989. 1989, was auch jetzt gerade letzte Woche 20 Jahre her ist oder 25 Jahre her ist. Und wie ich da in Krankenhaus in Nitzburg gelegen bin, nach diesem Anfall, habe ich einen Anruf gekriegt vom Ayrton und der hat gesagt, wie es mir geht, und der hat gesagt, nein, geht schon wieder. Tut mir alles ein bisschen weh, aber es kommt schon. Sag ich nur Ayrton, diese Mauer dort, die ist scheiße. Da wird irgendwann einer verunglücken. Und wir sollten schauen, dass wir die Rennstrecke dort ändern, wir sollten schauen, dass wir die Mauer dort wegbekommen. Und er hat gesagt, nein, hast recht. Sag ich, ich weiß, was wir machen, wenn ich das nächste Mal, wir haben jetzt dann den E-Molar-Test, da bin ich wieder dabei, da schauen wir uns das an und dann schauen wir, ob wir das irgendwie den Vorschlag machen können, dass die Rennstrecke das modifiziert. Wir haben dann ein paar Wochen später diesen Test gehabt, die war dort. Und wir beide sind zu Fuß von der Box genau in diese Kurve gegangen, haben uns genau zu dieser Mauer hingestellt und haben geschaut, wie man diese Mauer entfernen kann. Und beide haben über die Mauer runtergeschaut und haben gesehen, hinter der Mauer ist ein Gefälle und unten ist so ein Bacher Fluss vorbeigegangen. Und beide haben auch gesagt, die kann man nicht verändern, die Mauer, weil so fahren wir ja da alle ins Wasser rein. Dass man da auch die Rennstrecke und Führung ändern könnte, eine Schikane bauen könnte. Diese Denke ist auch erst nach diesen Unfällen entstanden. Vorher hat man eigentlich nicht so weit gedacht. Und wir sind beide da gestanden, haben uns angeschaut, haben den Kopf geschüttelt, haben gesagt, es geht nicht und sind wieder zu Fuß zurückgegangen, sind wieder weitergegangen. Und das Thema ist dabei geblieben. Und genau an dieser Stelle, wo wir gestanden sind, da ist er gestorben. Und das war natürlich schon für mich in meinen Gedanken etwas, wo ich gesagt habe, das sind schon alles Zeichen, wo man dann irgendwann einmal sagen muss, okay, Glück gehabt. Gute Erinnerungen, schöne Erinnerungen. Machen wir was anderes und fahren dann das Risiko nicht mehr raus. Ich habe aber nach zwei oder drei Tagen gemerkt, dass das Einzige, was mich interessiert, das Einzige, was ich für mein Leben machen möchte, ist Rennsport, Formul 1 zu fahren. Und darum habe ich mich dann entschieden, weiter zu fahren. Was mich jetzt noch interessiert, Sie haben auch jetzt Ihren eigenen Umfall, Imola 89 angesprochen, wahrscheinlich der schwerste Umfall in Ihrer Karriere. Haben Sie sich da auch schon diese Gedanken gemacht oder anders gefragt, Ist es was anderes, wenn man den Kollegen, den guten Freund Senner, den Kollegen Ratzenberger sterben sieht, im Vergleich zu dem, wenn man selbst eigentlich dem Tod ins Auge schaut, wiegt das vielleicht nochmal schwerer, wenn man die Kollegen sterben sieht? Nein, ich glaube, es ist eine Frage der Zeit, in welchem Abschnitt seines Lebens, das man ist, seines Karrierenabschnittes, das man ist. Wenn man da fünf Jahre dann zurückgeht, dann war ja noch relativ am Anfang meiner Karriere bei meinem Schwerenunfall. Und ich kann mich noch gut erinnern, es hat so weh dann auch, wie ich da die Brandverletzungen gehabt habe und da auf der Wiesn gelegen bin und von den Ärzten betreut worden bin. Und da kann ich mich erinnern, da habe ich die Gedanken gehabt, nie mehr wieder steige ich in so ein Auto ein. Will ich nicht mehr, mache ich nicht mehr. Aber spätestens im Krankenhaus, da habe ich die erste Infusion drinnen gehabt und die Schmerzen ein bisschen nachgelassen, habe ich schon wieder überlegt, wie ich beim nächsten Rennen irgendwie dabei sein könnte. Also da war ich einfach nicht reif für diese Idee, für diese Gedanken, weil das einfach in einem Abschnitt war, der noch sehr früh war. Der Senna-Unfall war schon in einem Abschnitt, wo wir sagen, da war ich schon im Schritt in das letzte Drittel. Da denkt man anders und da behandelt man sowas auch anders. Und darum führt man dann auch solche Gedanken. Hat weder was zu tun mit dem eigenen Unfall oder mit den Kollegen, sondern hat eher mit der Zeit was zu tun. Gerhard, Sie waren ja dann auch bei der Beisetzung von Ayerten Senna in Sao Paulo dabei, haben den Sarg auf den letzten Metern dann auch mitgetragen. Das war ein Wochenende, das die ganze Formel 1 Welt schockiert hat, vor allem aber natürlich Brasilien. Wie haben Sie denn die Anteilnahme im Heimatland, vor allem in der Heimatstadt Sao Paulo von Ayerten Senna noch in Erinnerung? Also ich habe vorher schon einmal erwähnt, Rennfahrer, bester Rennfahrer aller Zeiten zu sein, ist, da beurteile ich ein Paket, nicht nur eine naturelle Gabe, schnell fahren zu können. Und ein Teil davon ist einfach seine Persönlichkeit. Seine Persönlichkeit war sowas Besonderes, dass wenn wir früher in neue Länder gereist worden sind, sind Japan oder Asien oder wo auch immer, dann ist öfters aber hervorkommen, dass eine Anfrage da war, wo der Staatspräsident gesagt hat, er würde gerne den Ayerten Senna kennenlernen. Kein Mensch hat gewusst, warum den Ayerten Senna. Natürlich war er einer der erfolgreichsten von uns allen, aber da waren andere auch dabei. Er hat eine Ausstellung gehabt, die einfach anders war, die war einfach für viele Leute sehr, viele Leute haben das sehr attraktiv gefunden, viele Leute wollten mit dem reden, wollten den verstehen, wollten mit dem näherstehen. Und genauso war es dann schlussendlich bei seiner Begräbnis in Brasilien. Es war ein Begräbnis, das in einem Staatsbegräbnis ähnlich war und es war eine Anteilnahme. Es sind wirklich zehn Kilometer Leute in Dreierreite da gestanden und sind hinter dem Saar gestanden. Das waren nicht tausend Meter oder zehntausend Meter, nein, es waren zehn Kilometer. Und es waren hunderttausende Leute. Und ich bin so da gestanden, wie wenn er es selbst organisiert hätte. Also das war er. Und es war natürlich schön, weil ich habe ihn sehr gerne mögen. Wir haben wirklich ein gutes Verhältnis gehabt und ich habe mich für ihn riesig gefreut, dass diese Anteilnahme so groß war. Eine allerletzte Frage habe ich noch. Gibt es irgendein Erinnerungsstück, das Sie noch haben von Ayerten Senna oder vielleicht ein Foto, das Sie besonders noch in Erinnerung halten? Irgendetwas, wo Sie sich 20 Jahre später nach dem Tod, nach dem Imola-Wochenende noch an Ihren Freund, an Ihren Teamkollegen erinnern? Naja, meine schönste Zeit mit ihm habe ich gehabt, wenn wir gemeinsam auf Urlaub waren. Und da gibt es einige Fotos bei mir. Aber wenn ich mich zurückerinnere an ihn, dann sehe ich vor mir so zwei, drei Einstellungen. Eine ist, und da gibt es auch ein Foto in dem Archiv, ist, wo wir noch gemeinsam zu der Fahrerbesprechung in Imola gehen, wo er zu mir sagt, Gerd, nächste Woche müssen wir uns treffen, müssen wir über Sicherheit reden. Das war nach dem Ratzenberger Unfall. Wir müssen über Sicherheit reden, wir müssen da mehr machen. Das haben wir dort beim Hingehen besprochen, da gibt es ein Foto und das ist mir natürlich in Erinnerung. Dann gibt es eine Aufnahme in meinem Kopf. Ich bin an der Startaufstellung gestanden und Ferrari-Fahrer, ich war aus dem Auto draußen, die haben natürlich sehr viele Fans dort gehabt und haben einen riesigen Applaus gehabt. Und ich bin direkt, oder zufällig direkt, neben seinem Auto gestanden, neben seinem Williams und er ist schon im Auto gesessen mit Helm auf. Und ich habe so richtig gesehen, wie er mich anschaut und wie er unterm Helm lacht und wie er sich für mich freut, dass die Diffusis da so hinter mir stehen. Das ist ein Bild, das ich immer wieder bei Gedanken von mir habe. Und das letzte ist natürlich das, ich habe ihn im Krankenhaus noch besucht, war er dann noch im Operationssaal bei ihm, habe mich dort verabschiedet, habe er dort eigentlich gesehen, dass das das letzte Mal sein wird, das ist ein See. Und das ist ja die schwarze Seite, aber auch diese Seite erinnert mich gerne. Gerberger, herzlichen Dank für das Gespräch. Noch mehr Weggefährten, noch mehr Zeitzeugen, aber auch der schärfste Konkurrent von Eierten Senna, nämlich Alain Prost. Die kommen jetzt alle zu Wort in der nun folgenden Dokumentation aus dem Jahr 2004 Senna.